Willkommen bei den Diesel Buddies. Hier gibt es mal einen kleinen Vergleich zur Schnelligkeit der elektrischen Längsäulenverstellung bei einem aktuellen BMW und einem 20 Jahre alten amerikanischen Auto. So, here is a small comparison for a steering wheel column between a new BMW and a 20-year-old Cadillac. Das dauert schon eine Zeit. Das geht schon wesentlich schneller. Ich stelle mir gerade vor, wo der Fortschritt geblieben ist in diesen 20 Jahren zwischen den beiden Fahrzeugen. Also beim BMW habe ich persönlich beim Aussteigen die Tür schon wieder geschlossen und dann ist das Lenkrad noch nicht in der Endposition. Beim Caddy ziehe ich den Schlüssel ab und bevor ich den Türgriff in der Hand habe, ist das Lenkrad weg, wenn man sowas braucht. Für mich ist die Frage, wo der Fortschritt in diesen 20 Jahren ist. Ich habe keine Ahnung. Ja, das Video ist sonst ein bisschen zu kurz, also gebe ich euch nochmal ein bisschen V8-Sound mit auf den Weg. Viel Spaß damit! Ich glaube, das Video ist zu kurz, also möchte ich euch ein bisschen V8-Vibrations geben. Das W3-V Teilchen Langsitz 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 Das war's. 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 Das war's.